Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 12. Juni mit Zoe Tassovali. Schönen guten Abend. Die Grundschulen bei uns in Essen sehen den vollen Unterricht sehr kritisch. Ab Montag sollen ja alle Grundschüler wieder jeden Tag in die Schule kommen. An den Schulen bei uns fehlen dafür aber Räume und Lehrer. Anja Wölker hat mit den Grundschulen gesprochen und fasst nochmal zusammen. Es ist ein Kraftakt, heißt es von der Grundschule Bettingerade. In der Zeugnisphase vor den Sommerferien gäbe es ohnehin viel Arbeit. Jetzt mussten komplett neue Pläne gestrickt werden. Lehrer mit Vorerkrankungen fallen aus, ein Regelbetrieb sei deshalb gar nicht möglich. Die Grundschüler in Bettingerade bekommen dann drei bis vier Stunden Unterricht am Tag. Die Schulleiterin an der Grundschule Überruhr müsste noch einen Brief an die Eltern fertigstellen, denn jede Jahrgangsstufe fängt jetzt zu einer anderen Uhrzeit an. Grundsätzlich fragen sich einige Schulleiter, ob die Umstellung für zwei Wochen vor den Ferien tatsächlich so sinnvoll ist. In Freisenbruch ist ein dreijähriges Kind von einem Balkon gestürzt. Gestern Nachmittag hatten Anwohner der Erasmusstraße einen Schrei gehört. Daraufhin sind sie sofort zu dem auf dem Boden liegenden Kind geeilt und haben den Notruf gewählt. Das Kind war offenbar aus dem vierten Stock gestürzt und auf einer Wiese unter dem Balkon aufgekommen. Äußerlich hatte das Kind keine Verletzungen, sagt die Polizei. Trotzdem wurde es zur Vorsicht in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei, wie es zu dem Sturz des Kindes kommen konnte. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden dazu. Das Haus des Jugendrechts in Rüttenscheid ist offenbar weiter erfolgreich. In dem Haus werden seit zwei Jahren jugendliche Intensivtäter betreut. Sie sind sonst ständig bei der Polizei, zum Beispiel wegen Drogen oder Schlägereien. Im zweiten Jahr wurden 100 Jugendliche betreut. Gleichzeitig wurden auch mehr als 40 Jugendliche wieder entlassen. Das passiert, wenn sie zwei Monate straffrei geblieben sind, allerdings auch, wenn sie ins Gefängnis müssen oder 21 Jahre alt werden. In dem Haus haben Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt ihre Büros nebeneinander. Jeder Jugendliche hat nur einen Betreuer, der sich intensiv dann um ihn kümmert. Ein weiteres, ja etwas kurioses Thema heute bei uns in den Nachrichten. Die Uniklinik in Holsterhausen hat jetzt spezielle Automaten für Masken. Auf dem Gelände müssen ja alle Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Und wer kein hat, kann sich den jetzt an den sogenannten Maskomaten für ein Euro kaufen. Die Automaten stehen am Haupteingang, dem Parkhaus Hufelandstraße, an der Autopforte und am operativen Zentrum 2. Außerdem gibt es einen weiteren Maskomaten im St. Josef Krankenhaus in Werden. Ein Foto von dem Maskomaten findet ihr auf radioessen.de. Die Stadt Essen wird vom Land NRW bei der Neubelebung von Brachflächen unterstützt. Da geht es unter anderem um die ehemalige Gärtnerei an der Raterstraße in Harzopf, die Dinnendalstraße in Hutrop oder ein Gelände an der Bonifazio-Straße in Schonnerbeck. Das Land unterstützt die Stadt bei den Gesprächen mit den Eigentümern, klärt die Interessen beider Seiten und vermittelt. Am Ende steht dann ein Konzept für die Planung und es ist klar, wie hoch die Kosten für die Neubebauung werden. Die Stadt Essen hatte sich für das Programm Baulandspartner des NRW-Bauministeriums beworben und jetzt den Zuschlag bekommen. Bei uns in Essen hat das nächste Freibad aufgemacht und zwar das Freibad im Revierpark Nienhausen kurz hinter Katernberg. Eigentlich sollte es dort erst morgen losgehen, aber weil das Wetter heute schon so schön war, wurde der Start vorgezogen. Wie überall sonst gibt es auch im Revierpark besondere Corona-Regeln. Unter anderem darf die Wellenmaschine nicht angemacht werden. Bei uns in Essen sind auch noch das Grugerbad, das Oststadtbad in Freisenbruch und das Freibad Hesse in Delwig auf. Und was war überregional wichtig? Die Bundesregierung hat heute wichtige Teile ihres 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets auf den Weg gebracht. Die Mehrwertsteuer soll unter anderem ab Juli für ein halbes Jahr gesenkt werden. Heißt, die Mehrwertsteuer, die bei jedem Einkauf anfällt, beträgt dann nur noch 16 statt 19 Prozent. Für Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs wird die Mehrwertsteuer von 7 auf 5 Prozent gesenkt. Die Lufthansa will Passagieren in Zukunft vor dem Abflug Corona-Tests anbieten. Laut dem Spiegel sollen noch im Juni oder spätestens Anfang Juli an den Flughäfen in Frankfurt und München entsprechende Testcenter betrieben werden. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht ist es meist locker bewölkt, Schauer oder Gewitter sind eher selten, es kühlt außerdem ab auf 18 Grad. Und die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt's wie immer morgen früh wieder hier bei Radio Essen. Euch jetzt allen aber erstmal einen schönen Abend und später dann eine gute Nacht. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de Und überall da, wo es Podcasts gibt. !